Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 40 von Voxel Tycoon. Ja, letztes Mal waren wir hier, da haben wir hier geschaut, ob es Fahrzeuge gibt, die da Bretter holen und da war keins wohl bei, oder haben wir gar nicht, ne, wir haben nicht geschaut, ob Bretter geholt werden überhaupt. Und warte mal, kann man das hier sehen, indem man hier drauf klickt, dann auf Logistik geht, da sieht man nur die verbundenen Gebäude. Warte mal, ist das, ah, hier sieht man auch, welche Sachen da bei Gipfräß abzweig jetzt geholt werden. Eisenbahn zu Gipfräß, unten Holz, okay, hier sind Linien drauf, die gar nicht Fahrzeuge drauf haben, Holz zu, aber ob diese Namen alles noch reichen und richtig sind, weiß ich auch nicht. Lass uns lieber auf der Karte nach Bretterboden suchen. Also hier ist Holz, Stein, hier ist nichts, hier ist Kohle, da sind die Holzbalken, da ist die Schließt, da können wir nichts dran ändern, da sind Eisenbahn, da ist das, was war hier hinten? Da waren Holzgeschichten, Holzbalken, Stämme, hier auch nicht, das können wir auch nicht ändern, das wird auch schließen, weil wir das nicht haben, das ist genauso wenig. Hier ist aber nichts, hier haben wir eine Holzschraube, da haben wir einen Baron, ah, hier sind Bretter, das ist die einzigste Bretter, die wir haben, okay, und die werden gut beliefert, wie das aussieht. So, Logistik, ist die Hütte, Übersicht, Holzbalken zu Melrichstadt 7 ist die Route, das können wir, glaube ich, ausmachen, dann müssen wir mal gucken. Melrichstadt Südost, Melrichstadt 7, aber Gefräßabzweig ist hier gar nicht drin, da. Warte mal, wo ist das denn? Ach, das ist da, okay, die fahren direkt da, ne, das ist ja doof, dann können die ja da so vom Zug holen, das macht ja keinen Sinn so. Das bedeutet, Melrichstadt Südost bearbeiten wir jetzt, fügen diesen Halt hinzuladen und Melrichstadt Südost, Melrichstadt Abzweig, können wir jetzt den rauslöschen und dann ist das okay und dann sollten sie jetzt hier hinfahren, Bretter holen. So, wie wir das vorhaben, ne. So, da fährt noch einer dahin, jetzt müssen wir mal gerade den angucken, wo fährt der denn jetzt hin, der müsste jetzt nach Gefräßabzweig fahren und da Bretter holen, oder? Macht er wohl auch. Gut, ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir weiter, wie die so fahren, haben wir ja verpennt umzuschalten, ne, aber das geht ja noch, ne. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, der ist definitiv hier gerade vorbeigefahren und holt die Ware, das heißt, das passt erstmal. Jetzt kommen da natürlich ganz viele LKWs, wie wir sehen. Okay. Unternehmen ging bankrott. Ach, das war die Kieshütte, da stand die, da konnten wir nichts machen, das hatten wir schon gesagt. Was haben wir denn hier sonst noch so, Unternehmen, Heuber, Akzepti, Kies, ja, das ist klar, in Sennens, bei Wien, in Sennens, welches ist das denn? Oh, das blinkt noch rot, wie viel ist denn das? 172 Tage, die Eisenbahn sollten wir aber irgendwie machen können, meines Erachtens. Logistik, das ist hier. Fahrzeuge können entladen. Aber da fährt ja keiner hin, da wird ja gut geklappt. Eisenbahn zu Mellrichstadt Nordwest. Holz zu Mellrichstadt, das ist hier unsere Linie, ja. Eisenbahn zu Mellrichstadt Nordwest. Das heißt, da müssen wir mal hier schnell hin, kaufen. Eisenbahn, kaufen. Route auswählen, und die heißt Eisenbahn zu Mellrichstadt Nordwest, ja. Fahrzeug fährt, kaufen, läuft. Eisenbahn zu Mellrichstadt Nordwest. Fahren lassen, warte, der kann zu und der kann zu und da kommen wir nochmal drei da drauf. Kaufen. Der da oben da hin. Und starten. So, jetzt haben wir drei Autos da drauf, das sollte reichen. Lassen wir mal schneller laufen hier wieder. Gut, äh, was haben wir denn noch zu verhindern? Das waren jetzt die Eisenbahnen. Das sieht gut aus, soweit. Da sind Eisenbahnen. Ah, die ist gerade gelb geworden, das läuft wohl dann. Hier gibt es keine roten Zeichen. Hier sieht es auch gut aus. Hier gibt es auch keine, da gibt es ein rotes Zeichen, aber Kies oder Stein kann ich noch nicht. Das ist meine Forschung, die wir gleich mal angucken müssen. Das ist Kupfer, kann ich auch nicht, müssen wir gleich auch angucken. Wo ist die Forschung? Das haben wir gemacht. Fahrzeug ist unrentabel. Welches Fahrzeug ist denn das? Was fährt der? Der fährt das da. Eisenbahnen. Mehrereichstatt 1 ist da das holen und Mehrereichstatt Anbau ist da. Okay, das bedeutet, die Eisenbahnen müssen hier hin. Woran liegt es denn, dass da keine auf dem Wagen sind? Wo waren die Eisenbahnen? Hier. Hier wird irgendwie nicht produziert. Da kommen welche raus, aber hier nix. Okay. Ich glaube, wir haben da einen Fehler drin, der dann so aussehen muss. Ah, das ist schon automatisch den zweiten umgesetzt. Jetzt sollten hier auch Eisenbahnen rauskommen, oder? Ja, da war unser Fehler falsch angeschlossen. Aber das läuft ja jetzt. Das ist schon mal gut. Da wird gepresst und dann kommen da Stahlträger raus, während hier die Stahlbahnen sind. Die hat er jetzt eingeladen, oder was? Ne, der hat diese Holzschrauben geholt. Eisenteile, Eisenschrauben, nicht Holzschrauben. Okay, wäre ja auch möglich. So ist ja nicht. Okay, da kommt dann noch einer. Und jetzt stapelt es sich tatsächlich hier schon auf. Ah, jetzt holt einer hier fünf Stück raus. Der hatte nicht so viele geholt. Aber jetzt sind es zu viele Autos wahrscheinlich für die Produktion, oder? Stahlträger sind okay. Da sind noch drei drin. Und wo sind die Eisen? Ach, die werden hier so direkt angeliefert. Okay. Das Lager ist natürlich dann da nicht so groß, ne? Die gehen da natürlich rein. Das ist gut so. Und die stehen hier. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Und da kommt einer und holt die jetzt. Hat sechs Stück mitgenommen. Der hatte neun. Ah, zwei waren da drauf, ne? Hier gibt es kein Lagerhaus dafür. Das ist unser Problem. Die Stahlträger werden gelagert, aber der Rest nicht. Lagerhäuser. Das kleine Lagerhaus. Und wenn ich das da hinbaue, passt das. Und wenn ich da jetzt Stahlträger reinmache, sollte dieses Band leer werden, oder nicht? Das wird nicht leer, weil das nicht direkt da dran ist. Hm. Das ist ja jetzt auch doof, dann, ne? Und wenn ich jetzt sage, macht da Stahlträger rein, dann geht das, oder was? Ach so, hier ist es. Ne, das funktioniert irgendwie nicht. Ich müsste jetzt da das hinbringen, aber wie soll ich das da hinbringen? Hm. Kann ich da ne Brücke rüber bauen? Mit nem Förderband und so? Eingang Verbinder. Wie kann ich den jetzt drehen? So. Der könnte jetzt so da hin, aber bringt es mir das irgendwie? Und das jetzt. Förderband. Jetzt hoch auf B drücken? Ne. Das geht jetzt nicht hier rüber, ne? Ne, leider nicht. Dann kannst du das auch gleich wieder wegreißen. Das macht ja keinen Sinn dann. Kannst du auch wegreißen. Kriege ich das hier irgendwo her? Kriege ich so ein Förderband auch über die Eisenbahn? Da geht's leider auch nicht lang. Brücke bauen. Ja, funktioniert irgendwie nicht. Das bedeutet, reiß das mal wieder weg. Ja, und wie sieht's mit dem Tunnel aus? Förderband und Tunnel. Wenn ich jetzt den Tunnel graben will, muss ich ein T drücken. Achso, da bin ich zu nah dran, ne? Okay. Aber den kann ich wieder hier nicht. Ach, blöd, ne? Okay, das geht. Oh, das geht hier vorbei. Cool. Dann haben wir da ja noch eine Chance, dass wir da hinkommen, oder? Jetzt muss ich da eine Brücke bauen, ne? So erst und dann eine Brücke bauen. Jetzt ist die Frage, kann ich hier nicht bauen? Okay, ne. Dann bringt mir das nichts. Dann machen wir ein T wieder. B weg. Ach, die steht da schon. Dann kann ich die schon wieder abreißen. Super. Ja, will ich abreißen. Und dann Förderband. Und Förderband. Und Tunnel. Und da anschließen. Jetzt läuft das dann da rein, glaube ich. Jetzt müssen wir hier schauen, schauen, das wird, na, der läuft schon wieder so langsam, ne? B. Das passt schon mal. Kannst du den da abreißen. Reiß den mal weg, das bringt uns gerade nichts. Und baue das Förderband da dran. Jetzt wollen wir hoffen, dass das da hinten hinkommt, ne? Läuft da durch, geht. Läuft da lang, geht. Ja, läuft da auch durch wahrscheinlich. Und kommt gleich hier an. Dauert ewig, aber geht. Oder auch nicht? Oder hat da schon einer gleich was abgeholt? Ne, bis jetzt nicht. Das wollen wir da drinnen haben. Jetzt sind da drei drinnen. Jetzt läuft's. Jetzt geht's voran. Glaube ich. So, aber jetzt fehlt uns hier noch was. Müssen wir noch mehr bauen. Aber wieso ist jetzt kein Eisen mehr da? Okay, kommt jetzt langsam. Achso, weil wir hier zwei haben. Und das schafft das Ding nicht. Okay, das bedeutet, wir müssen da noch wieder eine Dingens hinmachen. Ne, ne. Legierungsschmelze. Die braucht Kohle. Ich glaube, ich baue die da hin. Und jetzt müssen wir die mit den Fördermändern anschließen. Und zwar. So. Und die Kohle müssen wir da herziehen. Passt das so? Eingang A. Das B. Vielleicht geht das ja jetzt. Und jetzt müssen wir noch sagen, mach mal das. Und dann müssen wir natürlich noch gucken, dass das da aufs Band kommt, ne. Ja, komm, das ist jetzt auch egal, dass er die Schleife da macht. Doch, ist nicht egal. So, jetzt neues Mal. Können wir das mal wegmachen? Ich will einfach nur hier sowas hier. Ah, kann's, das kann's nicht sein, oder? So, jetzt läuft's. Und jetzt ein bisschen schneller mal, damit wir mal sehen, was hier passiert. Brennt da? Ja, er brennt. Und da kommen auch jetzt genug rein, glaube ich. Hier ist voll und deswegen läuft das da rum. Das ist auch gut. Da hinten ist auch voll. Das heißt, die laufen jetzt alle hier hin zum Brennen. Zum Stahlbaum machen. Hier läuft's Band jetzt auch tatsächlich mal voll. Sehr gut. Es liegt auch noch wieder einer davor. Es liegen hier noch mehr vor. Auch gut. So, jetzt produzieren wir noch Barren, dass die beiden ununterbrochen laufen können. Glaube ich. Sieht erstmal gut aus. Wir sind hier drinnen nur vier. Okay, das ist nicht recht, nicht viel, aber das läuft erstmal. Gut. Das kann alles jetzt zu, Glaube. Wie viele Millionen haben wir? 1,6. Das heißt, wir müssen jetzt ein neues Ländler kaufen können. Das macht unsere Forschung. Das ist auch noch wichtig. 135. Aha. Neue Forschung starten. Holzbearbeitung 2. Holzbearbeitung haben wir hier fertig. Holzbearbeitung. Da können Schränke gebaut werden dann. Schreinerei. Gibt's dann da. Und da gibt's dann Holzrahmen und da gibt's Möbel. Ja, starten wir die Forschung da mal. Was brauchten die denn dann? Achso, da brauchen die auch noch Glasscheibe. Haben wir nicht. Dann wird das nichts. Warte mal, dann macht die Forschung weg. Das bringt ja uns nichts. Holzbearbeitung ist 2. Was haben wir denn hier? Steinverarbeitung. Ja, machen wir mal. Was ist denn hier? Da ist Bergbau. Da ist 48. Okay. Das heißt, da machen wir eine Steinverarbeitung. Das ist schon mal gut. Das läuft dann. Und dann gibt's noch einen Rüttler, einen Brecher und dann gibt's hier Kies und Steinziegel. Sehr gut. Fertigung. Steinverarbeitung. Da ist es. Gut, okay. Das ist dann okay. Das kommen wir dann weiter. Hier haben wir jetzt zur Zeit Forschung. Was laufen? Achso, Bergbau 2. Das ist eine Kupfermine und ein Steinbruch. Ah, den Steinbruch machen wir auch. Und Sandkupfer. Okay, dann haben wir das, was wir mit den Steinen weiter vorankommen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo haben wir denn Steine? Haben wir hier Steine gehabt? Ja, da ist Steine. Das ist ja schon mal gut. Nachfrage. So ein Holzträger. Hier ist eine Eisenerzmine. Ne, das wäre jetzt für uns nicht so interessant. So, das kann ich hier anklicken, dann kann ich das sehen. Kohle, Kohle, nee. Was haben wir hier für ein Ressource? Ist hier Sand. 1,4 zum Freischalten. Da gibt's auch einen Ort. Und die Nachfrage sind da Bretter, die wir auch schon produzieren. Ich glaube, ich kaufe das mal. Bitte warten. Erkunde die Welt. Alles klar. Jetzt haben wir das freigeschaltet. Da haben wir einen Ort, der jetzt Übigau-Warenbrück heißt. Und der hat da Holzbretter. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal zuschauen, dass die da eine Straße hinkriegen. Oder was anderes. Straße. Na komm, wir bauen erstmal die Straße da hin. Mal nochmal. Da darf ich schon mal nicht mehr lang bauen. So, das passt schon mal. Und jetzt müssen wir hier mal ganz schnell ein Lager, ein Terminal hinbauen. Und das muss da so hin. Super. Oh. Da wird's passen, ne? Super. Klappt richtig gut. Und ist es noch drinne. Sehr gut. Glück gehabt, ne? So, und dann bedeutet das, wir brauchen den ersten LKW. Ein LKW kaufen, der Bretter transportieren kann. Kaufen. Auswählen. Halt hinzufügen. Ist jetzt hier. Laden. Und fahr einfach erstmal schnell da hin. Und, ne, darf ich ja gar nicht. Das ist falsch. Ich muss noch ein Halt hinzufügen. Und entladen. Und dann lassen wir fahren. Speichern als. Holzträger zuüber. Okay. Das ist aber Bretter. Fahrplan. Holzträger. Okay, dann müssen wir das da irgendwo ändern, ne? Bearbeiten. Da. Ach gut. Geht nicht, ne? Geht auch noch nicht. Also der kann das, aber ich kann das nicht. Auch geil, oder? Oder? So, speichern als, Holzbretter. Okay. Jetzt hat er es genommen. Jetzt passt's. Der hat seine ersten Bretter da gekriegt, oder? Ja. Der hat die Holzbretter erhalten. Das passt. Aber hier werden wir definitiv nicht mehr in der Straße hinfahren. Sondern muss eine Eisenbahn hin. Die hier ist und dann da abzweicht, oder? Weil den Sand wollen wir ja auch noch holen dann. Zwar nicht sofort, aber irgendwann. Lass uns erstmal noch ein zweites Fahrzeug da drauf bringen, damit uns die Bretter nicht verloren gehen. Vielleicht auch ein drittes. Holzbretter da. Starten. Kaufen. Kaufen. Route. Holzbretter zu den. Starten. Das ist eine lange Linie. Ich mach da lieber einen vierten drauf, damit das auf jeden Fall funktioniert. Starten. Läuft, läuft. Haben wir es erst. So, jetzt müssten da ein paar Autos ja irgendwie hinfahren, ne? Fünf hat er noch erstmal. Nachfrage. Im Lager hat er keiner. Da kommt der erste LKW, oder der nächste LKW, der es da auch hinbringt. Nachfrage gesunken. Hier wohnen 297 Leute. Menschen. Bewohner. Ne, Menschen ist gut. Und jetzt muss der da irgendwo drehen. Ah, der dreht da vor der Kreuzung zum Glück. Lädt da ab. Ah, er hat die ersten fünf jetzt hier im Lager. Worum fahren die jetzt gerade weiter, bitteschön? Da steht wieder keiner, ne? Da sind Bretter. Ah, er hat jetzt abgeladen. Okay. Jetzt kommt da wieder einer. Mal gucken, ob der ablädt, weil das hat ja gerade nicht geklappt, oder? Das hat aber wieder geklappt. Fünf im Lager. Das sollte eigentlich gehen, ne? Da ist irgendwie eine Steinbude an der Insolvenz, aber die kann ich wahrscheinlich auch nicht retten, weil ich das nicht hinkriege. Verhindere Schließung. Ja, kann ich nicht. Oder? Ne, die Forschung ist noch nicht so weit. Ach, die brauchen jetzt hier Steinquader, damit ich das forschen kann. Und die habe ich ja noch gar nicht. Steinverarbeitung kann ich noch nicht feststellen, aber das müsste hier mit ja werden. Und da sind nur noch zehn. Okay, dann müssen wir schauen, dass wir diese zehn da hinkriegen. Wird noch ein bisschen dauern, aber in der nächsten Folge könnte das ja vielleicht schon klappen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo abmacht, eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.